Hallöchen und Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us mit MediThomas und Playgatern. In der letzten Folge war wieder so eine nervige Folge, wo einfach nur wieder 6 Milliarden Klicker da waren. Zumindest gefühlte Klicker. Hä, wo sind die beiden? Oh, ich dachte ihr wärt schon vorgegangen. Na gut. Hoffentlich sind hier keine... Ach, ich wollte gar nicht wechseln oder mussten wir? Schätzungsweise. Ist hier irgendwo wer? Ne. Okay, dann können wir in Ruhe weitergehen. Schatz mal, hier geht's lang, was? Wir müssen ja zum Rates und haben wirklich schon einiges hinter uns. Und ich bin froh, dass wir... Ich meine, dass wir jetzt alle Klicker hinter uns haben. Ich hoffe es zumindestens. Wie gesagt, die Spieler spielen wirklich zum ersten Mal. Und die Klicker. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wow. Joel, bei dir. Ah, nein. Not beißen, not beißen. Oh Gott sei Dank. Du hast ja was am Schuh. Ah, lecker. Okay. Ich glaube, die kommen hier nicht durch. Okay, dann kommen wir hier wieder raus. Sodass wir keinen Zeitdruck haben. Wieso war die Lampe überhaupt an? Wie kam es zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja. Ich war auf diesem Militärinternat. Ah, wie ich sehe, kann ich Waffen verbessern. Ich würde sagen, die 9mm-Pistole verbessern wir erstmal. Nachladetempo. So, und hier auch Nachladetempo. Das Nachladetempo muss unbedingt erhöht werden. Wir haben gesehen, wie wichtig das sein kann. Im Kampf gegen die Klicker. Vielleicht ist hier noch was drin, ne? Uh, Pillen können wir mal gut brauchen. Um nachher die maximale Gesundheit zu steigern. Sonst haben wir hier überall alles durchsucht, oder? Können wir noch was durchsuchen? Wie gesagt, ich brauche dringend Leben. Wie viel Leben haben wir noch? Ja, okay, die Hälfte haben wir noch. Das müsste eigentlich ungefähr klappen. Ups, sorry. Dann können wir ja mal weitergehen. Hier durch und gucken, was uns erwartet. Okay. Keine Zombies, keine Klicker. Uh, Munition, geil. Sehr nice. Und gucken, vielleicht ist hier noch irgendwas in der Schublade drin. Nein, leider nicht. Sind hier sonst irgendwo Schubladen, die man noch aufmachen kann? Nein, scheint nicht so. Sonst gucken wir mal in den Schränken nach, was hier so ist. Ne, nichts drin. Dann gucken wir mal hier nach. Wie gesagt, wir können alles gebrauchen. Und die Molotow-Cocktails sind auch sehr wichtig, wie wir gerade gesehen haben. Ne, hier scheint niemand zu sein. Wir müssen weitere Teile suchen. Beziehungsweise Dinge, die wir gebrauchen könnten. So. Ist hier noch irgendwo was? Das scheint nicht so, ne? Ne, wir gucken mal dann im anderen Raum nach. Elli. Nicht so viel Krach machen. Okay. Oh, Schubladen. Vielleicht was drinne? Nice one. Wieder was, was wir für Scheren benutzen können. Wie gesagt, Messer und Scheren, beziehungsweise Messer sind sehr wichtig hier. Boah, ich hoffe, keine Klicker bekommen mehr. Bis zum, auf dem Weg bis zum Rathaus. Das wäre wirklich eine Erleichterung. Alles safe, dann können wir wieder hochgehen, was? Nein, hier scheint nicht zu sein. Dann können wir auch hier lang gehen. Kommt hier nach, oder? Kommt hier nach. Sieht aus wie ein Museum, was? Huh. Kultur. Okay, die Tür können wir nicht aufmachen, dass irgendwas drinne, das uns am Aufmachen hindert. Ja, das ist wirklich ein Museum. Was für ein Museum genau? Ich habe echt keine Ahnung. Kann man nur schätzen. Okay, hier sind nirgendwo mehr Sachen. Wahrscheinlich geht es hier lang, was? Nein, Klicker. Verdammt. Oh. Wir müssen ganz schnell helfen. Wir müssen sehr schnell helfen. Jetzt muss ich sehr schnell einen Weg dahin finden. Komm. Oh, fuck. Oh, diese Klicker verfolgen uns aber auch. Und hier sind so viele. Okay. Das Messer hatten wir nicht mehr. Schade. Wirf ein Ziegel unter deiner Flasche auf, ein Klicker, um ihn zu betäuben. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Schleichmodus aktiviert. Fuck, 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 fuck. Drei Klicker. Wir müssen uns überlegen, was wir machen. Das ist wieder so eine nervige Phase des Spiels. Ich bin nicht... Ah, Mann. Das gibt es doch auch nicht, ey. Wie soll ich das denn anstellen? Ich glaube, ich bin der, der hier am meisten in den Let's Plays gestorben ist. Von denen, die das Let's Plate haben. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Auf gar keinen Fall schießen. Vielleicht können wir schnell ein Messer her... Wir können tatsächlich ein Messer herstellen. Schnell aber auch. Ein Messer haben wir schon mal. Das heißt, ein Klicker weniger von dreien. Und... Das Spiel hat uns keine Zeitvorgabe gegeben, wie schnell wir die Klicker erledigen müssen. Also lassen wir uns Zeit. Ich hoffe, er dreht sie nicht um. Und gibt uns Zeit, ihn zu erledigen, oder... Ich mag es nicht, die Klicker von vorne... Zu erledigen. Vorsichtig, vorsichtig. Hoffentlich können wir ihn noch erledigen. Eine Nahkampfwaffe. Wo kommt der? Mann, 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 Mann. Das wird wieder eine knappe Kiste hier. Aber ich versuche wieder mein Bestes zu geben. Und jetzt vorsichtig handeln. Jetzt mit dem Messer erstechen. Super. Oh, ich dachte, da war ein Klicker. Herzinfarkt des Lebens. Okay, Messer haben wir wieder null. Das heißt, wir müssen wieder zur Nahkampfwaffe kommen. Und ich versuche, die Waffen schneller wechseln zu können. Ich versuche gleich... ...Klicker zu bewerfen. Oh, das ist aber gar nicht so einfach. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Spannung pur hier. Das Problem ist hier auch, wenn wir kein Messer haben, kommen wir hier nicht weiter. Wo ist denn der andere Klicker hin? Oh, 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 oh. Jetzt mal ehrlich, ist er nicht da gerade langgegangen? Also jetzt nicht hier, sondern da hinten, wo ich gerade hingeschaut habe. Was hätte ich nutzen müssen? Schießen oder nicht? Die Frage ist dann auch, wie schnell können wir zur Waffe wechseln? Beziehungsweise zur Nahkampfwaffe. Denn die Klicker sind auch schnell zugleich. Ich muss auf Abstand gehen. Das Problem ist, die halten viel zu viele Schüsse aus. Und wenn der eine mich hört... ...beziehungsweise einen kann man maximal erschießen. Bei zwei wird's schwer. Ah, wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Ah, Mist, Mist, aber auch. Das gibt's doch gar nicht. Wie sollen wir das denn schaffen, Mann? Und ich werde wieder überspringen, bis ich die erledigt habe. Leute, ich glaube, ich hab's geschafft. Nach 600 Stunden. Ich hab am Ende doch mich für die kluge Variante entschieden. Und zwar zu warten, zu schießen und wegzulaufen. Was anderes konnte ich mir einfach am Ende nicht mehr vorstellen, um hier die Down zu bekommen. Das war wirklich schrecklich. Komplettes Messer benötigt. Mitfuck aber auch. Können wir nicht eins bauen? Jo, können wir tatsächlich... Oh, ich hoffe. Dann endet es endlich, denn... Boah. Das war so schrecklich, die zu töten. Okay. Wenn das jetzt Zombies gewesen wären, ich wäre so ausgerastet, Alter. Wenn ich hier gestorben wäre, dann hat man... Boah. Aber das hat sich gelohnt, für das eine Messer so viel Patronen etc. zu bekommen. Aber jetzt müssten die Klicker auch endlich tot sein. Jetzt kann ich mich in Ruhe hier umschauen. Okay, das ist da, wo wir vorhin waren. Ich hab das Gefühl, man musste die gar nicht töten. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es geschafft habe. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie nervig das war, die Dinger zu töten. Uh. Das ist unglaublich, wie viele Schüsse die aushalten, ey. Ich hoffe, dass wir gleich Tess und Ellie einfach noch lebend begegnen. Oh, oh. Boxen wir ihn? Nee. Schießen ist besser als der nur. Harmloserer. Was ist los hier? Yo. Verschwinde, Digga. Erstens hast du gut gemacht. Tess. Sehr gut. Mach weiter so. Oh, oh. Fuck, Munition, Mann. Nein. Nein. Hilf mich mal. Achtung. Fuck, das... Mann, ey. Hilf mir. Bitte. Danke. Bam, Junge. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, bam. Bam, bam. 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 Wer kommt jetzt von hinten? Ich will nicht sterben. Nicht nochmal. Wie viele hier einfach sind, Mann. Das ist unglaublich. Sind die noch mehr? Ja. Ich bin fast tot, Mann. Ich muss mir sofort ein Medikit machen, ey. Sofort. Achso. Okay. Da haben wir nochmal fast ins Gras gebissen. Boah, das war wieder eine knappe Kiste gerade. Huh. Ich bin froh, dass wir das wieder geschafft haben. Wo geht's jetzt lang? Ja, und dann würde ich auch sagen... Das war's mit dem heutigen Part. The last of us. Ich bin froh, dass wir das endlich geschafft haben mit den nervigen Klickern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye. Ich bin froh, dass wir das jetzt verlassen machen. In der nächsten Folge. Bis dahin binäg. Ich bin froh, dass wir das nicht noch haben. Ich bin froh. Ich bin froh, dass wir das berliner De의 Barschler kommt verściągelt. Oh, ja, ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020